Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal ein Windows installiert. Da müssen wir jetzt einige Angaben tätigen, um hier Windows auf dem Computer zu installieren. Im ersten Schritt geht es mal um die Lizenz und die Partitionierung. Ich denke mal, das werden die meisten von euch kennen. Da löscht man sich jetzt hier die Partitionen weg, kann dann anschließend das als freien Speicher auswählen oder würde das halt so einrichten, wie man es braucht. Im letzten Schritt kopiert er alle Daten auf den neuen Computer. Am nervigsten finde ich diesen Assistent hier, der nach einigen Minuten Wartezeit sich öffnet. Der nennt sich Out-of-the-Box-Experience und soll das Windows einrichten. Tastaturlayout möchte der hier hinzufügen. Jetzt haben wir ja auch noch verklickt mit ihren Dark Patterns hier überspringen wollen wir machen. Da hat er jetzt einige Informationen. Genau, man muss auch noch warten, bis der Updates zwischendrin patcht. Also da hat man jetzt einige Schritte, die man von Hand ausführen muss, bei denen man auch noch viel Wartezeit dazwischen drin hat. Aber das ist mindestens langwierig und nervig. In den späteren Schritten kann man auch diese ganze Datensammelwut von Microsoft, mit denen Sie Ihre Nutzer ausspülen, nicht mehr abschalten, sondern bloß zwischen viel Datensammelwut und nicht ganz so viel auswählen. Dazu die ganzen Gängelungen und Dark Patterns hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier sage, persönliche Verwendung einrichten, dann darf ich hier mittlerweile ja nicht mehr mehr ein Offline-Konto nehmen, weil Microsoft da einen Kontozwang eingebaut hat. Genau, schalten Sie Ihre Microsoft-Erfahrung frei, muss ich mich anmelden oder mich hier diverser Hacks bedienen, damit ich da irgendwie rauskomme. Unter Debian und allen darauf aufbauende Distributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, gibt es Pre-Seat. Damit kann man das Ganze super bequem automatisieren. Da habe ich hier vor etwas Längerem schon mal einen Beitrag dazu gemacht, wie das funktioniert, technisch. Und hier auch so eine Demo, was man hier alles machen kann. Super praktisch. Mittlerweile nutze ich ja primär schon länger kein Windows mehr. Dennoch hat man ab und an mal so Testsysteme zum irgendwas ausprobieren. Bei Windows gibt es etwas Vergleichbares. Das habe ich mir bei Rufus abgeguckt. Die haben hier nämlich einen Haken, wo man diese Beschränkungen von Windows 11, diese künstlichen Systembeschränkungen mit RAM, TPM und so weiter, aushebeln kann. Da Rufus Open Source ist, kann man sich das im Quellcode angucken. Die generieren hier eine XML-Datei mit verschiedenen Einstellungen, je nachdem, was man hier alles setzt. Zum Beispiel die Sprache, der Benutzername, aber auch eben diese Umgehungen für die Windows 11 künstlichen Anforderungen. Zum Beispiel den Zwang zum Microsoft-Account, den umgeht der hier mit einem Befehl, den er ausführt, und zwar in diesem OOBE, der Out-of-the-Box Experience Einrichtungsassistent. Das ist ja so ein kleines Windows PE, das im Arbeitsspeicher liegt. Da kann man Registrier-Keys setzen. Wie das technisch funktioniert, habe ich hier in einem eigenen Beitrag schon mal ausführlich erklärt. Wenn ich da jetzt eben die Notwendigen zur Umgehung einstelle, das sind die hier, dann wird das automatisch geladen und ich kann es installieren. Das könnt ihr auch über diese unauthent.xml machen von Microsoft, die wir uns jetzt einmal anschauen. Die ist hier auch dokumentiert. Bei Microsoft Answer File, also Antwortdatei, nennen die das, weil das eben dann Antworten auf die Fragen von diesem Assistenten gibt. Im Beitrag habe ich mir mal eine einfache gebastelt, die diese künstlichen Windows 11 Einschränkungen entfernt. Also hier den Secure Boot, TPM, CPU und RAM Check. Über die letzte Zeit habe ich mir hier eine mal für meine Testsysteme gebaut, die ich da immer verwende. Der setzt zum Beispiel den Computername, die Spracheinstellungen, aktiviert RDP, weil ich die meistens nicht direkt am Gerät nutze, sondern mit meinem Rechner dann Remina verwende. Ihr merkt schon, es gibt hier verschiedene Gruppen. Settings, Path heißen die jeweils und die sind für verschiedene Abschnitte von Windows. Die häufigsten Gruppen habe ich hier mal im Antickel zusammengeschrieben. Das ist zum einen Windows PE. Wenn ihr Windows installiert, poppt die hoch. Das braucht ihr zum Beispiel, um die künstlichen Einschränkungen von Windows 11 zu umgehen. Da werden hier direkt die Schlüssel gesetzt. OOBE System ist der Einrichtungsassistent von Windows. Das ist der nervigste Teil, den wir ja hier weg haben möchten. Da werden wir die meisten Einschränkungen setzen, damit der gar nicht erst erscheint oder weniger Sachen abfragt. Die restlichen beiden hier oben, die sind dann dafür da, um bestimmte Sachen auf den Computer zu setzen, zum Beispiel bestimmte Einstellungen. Hier oben habe ich also Einstellungen, die nachher für den Computer gelten sollen, eben die Sprache zum Beispiel. Hier unten geht es jetzt um Windows PE, also die Installationsumgebung. Hier habe ich das Ganze komplett automatisiert. Der erzeugt hier verschiedene Partitionen, die UEFI-Partition und so weiter, plus eben mit dem verfügbaren Speicher eine, wo es komplette Windows dann draufkommt hier und da nimmt er eben die komplette SSD- oder Festplatte, was da verbaut ist. Die Oberfläche wird komplett ausgeblendet, nur bei Fehlern kommt diese, sodass wir da nichts rumklicken müssen. Der Kernteil ist hier wie gesagt das OOBE Out-of-the-Box Experience. Die ganzen Angaben, die wir jetzt eben großteils von Hand gesehen haben, die man machen muss, Benutzername, Passwort, Zeitzone und weiß der gar nicht noch alles, das ist hier alles schon enthalten. Ebenfalls nützlich finde ich hier First Log on Commons, damit kann man Befehle bei der ersten Anmeldung, also sprich der Neustart, nach dem Installieren ausführen lassen. Hier habe ich ein paar nervige Sachen deaktiviert, zum Beispiel, dass er die Erweiterung von Dateien ausblendet, seit Jahrzehnten in Windows drin, keine Ahnung was das soll, macht es bloß unsicherer und gefährlicher. Der Edge, der ja leider mittlerweile Bestandteil vom System ist, der hat so einen nervigen Einrichtungs-Astent, wo der Zeugs importieren will. Das nervt auch bloß, wenn man den braucht, zum irgendwie ein Firefox runterladen, plus für meine Videos natürlich, möchte ich nicht, dass der jetzt den Bildschirm nach ein paar Minuten abschaltet, wenn ich da mal auf irgendwas warten muss, das genauso im Standby. Falls ihr noch ein Windows habt, könnt ihr den Windows System Image Manager verwenden, um die Datei zu erstellen und anzupassen. Der wird nicht automatisch mit Windows ausgeliefert, sondern gehört zum Windows ADK. Das müsst ihr herunterladen und mindestens die Bereitstellungstools installieren. Da ist hier dieser Windows System Image Manager drin. In dem müsst ihr ein ISO entpacken, das Ganze hier laden. Der zeigt euch dann hier an, welche Komponenten gibt es dort. Da könnt ihr draufklicken. Ihr seht, welche Einstellungen stehen zur Verfügung. Bekommt dann auch eine Info zum Datentyp, also zum Beispiel hier eine Zahl wird erwartet, ein IN32. Bei größeren Anpassungen kann sich das lohnen, allein schon, weil man hier eine Überprüfung des Syntax durchführen kann, also ob da irgendwelche logischen Fehler in der Datei enthalten sind, zum Beispiel falsche Datentypen oder Elemente, die es nicht gibt. Da kann es sich lohnen, zumindest in FVM installieren, wie ich es hier gemacht habe, damit man Daten und Datei mit diesem Editor bearbeiten kann. Das Ganze ist nicht super intuitiv und ihr merkt auch schon am Aussehen, die Software hat schon einige Jahre auf dem Buckel von Microsoft. Ja, hier 2013 Copyright, das sagt schon einiges. Dennoch ist die hilfreicher, als das direkt im XML zu ändern. Natürlich könnt ihr auch mit jedem Editor, direkt in dieser XML-Datei Änderungen vornehmen. Manches ist ja auch schon vom Schlüssel her selbsterklärend, zum Beispiel Computer Name, das ist der Netzwerkname, der Rechnername von diesem System, das da installiert wird. Da fehlt dann die Überprüfung auf Syntaxfehler. Grundsätzlich geht das dann aber auch zum Beispiel unter GNU Linux. Die dritte Alternative sind verschiedene Online-Generatoren. Da haben einige Leute solche Webseiten gebastelt, wo man sich das alles auswählen kann, also wo alles aufgelistet ist, auch mit den möglichen Optionen, die man da angeben kann, zum Beispiel jetzt bei der Sprache, welche Sprachen da verfügbar sind. Am Ende lädt man sich eine XML-Datei herunter mit allem, was man sich da zuvor zusammengeklickt hat. Um damit ein Windows zu installieren, gibt es jetzt wiederum zwei Möglichkeiten. Für Möglichkeit 1 braucht ihr einen Windows-Computer und hängt euch dort das ISO-Abbild von Windows 10 oder Windows 11 ein. Dann könnt ihr es nämlich verändern und dort wird dann in den Ordner Windows Panther diese AutoUnattend oder unattend.xml abgelegt. Das würde ich nicht empfehlen, weil ihr für jede Änderung ein neues, komplettes ISO bauen müsst und ihr braucht einen Windows-Computer dafür. Die zweite Variante, die nutze ich, die finde ich wesentlich flexibler. Mit Venture habe ich mir ein Multi-Bootstick erstellt, der unterstützt diese Antwort-Dateien, die kann man dort einbinden und dann beim Booten auswählen, dass ihr den Windows-Setup-Assistenten mit dieser XML startet. Das macht Updates von beiden Dateien einfacher, außerdem könnt ihr mehrere XML-Dateien verwenden. Wenn ihr ein Windows 10 oder 11 Installationsmedium mit meiner XML-Datei hier bootet, dann müsst ihr genau zwei Klicks machen, nämlich auf dem Willkommensbildschirm erstmal die Edition auswählen und hier unten nochmal bestätigen. Anschließend löscht ihr euer Laufwerk, installiert Windows und richtet das eben komplett ein. Ihr müsst jetzt also nichts mehr klicken, könnt hier komplett was anderes machen, holt euch Kaffee, Tee, guckt ein Video von mir an. Nach wenigen Minuten habt ihr ein fertiges Windows zum Spielen. Von den neuesten Tricks, um euch zum Cloud-Konto zu zwingen, seid ihr hier auch nicht betroffen, weil die XML erstellt immer ein lokales Konto, da hat Microsoft bisher noch keine Lücke gefixt. Wie gefällt dir diese nahezu komplett automatisierte Windows-Installation? Schreibt es gerne zu uns auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.